Musik Machen wir das mal wieder so Aufnahme läuft und Start Es hat auch wieder sehr gut hingehauen Ich würde hier vorfliegen Jetzt ziehe ich nochmal eben die schöne neue DJI R2S bin ich im Bild Rückwärts auf die Hero 9 zu ein wenig Da runter Ok Umgedreht Das ist die Hero 9 Schön Dann können wir da mal jetzt rüberfliegen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das Video gefällt, dann zeigt mir das bitte auch, dann gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen kleinen Kommentar, abonnieren, die Glocke drücken, das ist ja immer das Prozedere. Einmal direkt in Richtung des Turms, jetzt gegen die Sonne mit dem ND16 Filter drauf. Es gibt hier jetzt sogar die Gerüchte, dass eine Mini 3 in Arbeit ist bei DJI in Planung. Mal schauen, ob das was wird. Okay, der Turm. Das Signal gleich besser. Einmal am Turm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020